Das Kabel wird nicht mehr eingezogen, ich möchte es reparieren und weiß nicht wie. Es geht natürlich nicht eigentlich um Staubsauger, es geht um viel mehr, es geht um den Planeten. Wir müssen viel mehr reparieren, sonst haben wir die Ressourcen einfach nicht. Die Lösung lautet QR-Code, zeigt mir Bildchen, dann weiß ich wie es geht. Wenn ich das nicht kapiere, gibt es unter dem Code auf dem Internet auch schöne Hilfe-Videos in verschiedenen Sprachen und wirklich jeder kann es lösen, das Problem. Die Profis bekommen ihre Schaltpläne, können auch mal zum Widerstand rauslöten. Ich hatte mal eine Dunstabzugshaube, die war defekt, mein Verdacht war, es ist das Steuergerät, weil der Motor eigentlich nie kaputt geht, no name, ich hatte keine Chance das zu finden in Zukunft, den Code piepsen und dann bekomme ich das Ersatzteil auch von no name Gerät. Der Code ist natürlich versteckt nicht so groß und auch der Hersteller bekommt ein Feedback, weil wahrscheinlich sind es irgendwelche Bauteile für wenige Cent, wenn sie die ein bisschen robuster bauen, kriegen das mit, geht ständig kaputt, bauen es das nächste Mal robuster und dann hält es viele Jahre. Wenn meine Spülmaschine Probleme macht, dann muss ich die Seriennummer immer abtippen, dunkelgrau auf hellgrau ist schrecklich. In Zukunft den Code piepsen, er natürlich versteckt ist, Fehlercode eingeben, dann kommt jemand, eine Fachkraft und hilft mir, alle sind glücklich. Ein großes Ding ist Sharing. Wenn ich so einen Bohrhammer habe, sage ich, alle Nachbarn Umgebung von 200 Meter dürfen die ausleihen. Ich muss jetzt das Gerät nicht fotografieren, mühselig beschreiben. Alles, was ich zum Teilen anbiete, wird einmal gepiepst, dann ist es auf der Plattform mit Foto, mit Beschreibung. Ganz einfach. Und wenn ich es gar nicht mehr brauche, auch auf Ebay, das will ich verkaufen, dann ist die exakte Beschreibung dort. Ich muss nur noch sagen, wie viele Kratzer drin sind und fertig. Die dürfen nicht ungenutzt im Keller sein. Das ist so der Kern, da müssen wir umdenken. Die müssen ständig in Bewegung bleiben. Die Leute, die Ebays kaufen, die warten nicht nur, dass da der Hersteller irgendwelche Infos bringt. Üblich sind doch diese Hilfeforen, wo man sich gegenseitig hilft und Tipps und Tricks und auch mal ein Video. Und auf das Forum kommt man, indem man eben diesen QR-Code klickt. Und dann hat man sofort Kontakt zu allen, die sich auskennen. Irgendwann ist zu Ende. Dann ist die Frage, wie zerlege ich dieses Spielzeug, damit ich es schön recyceln kann. Auch das sagt mir hier der Code. Und er sagt auch, was sind das für Plastiksorten, wo müssen die hin, was ist das für eine Batterie. Der Motor wird ja nie kaputt. Das heißt, wo kann ich den einschicken, damit er wieder verwendet wird. Die Zeiten ändern sich. Wir haben weniger Konsum, weniger Geld. Dafür müssen wir weniger, weniger arbeiten. Weniger arbeiten heißt, mehr Zeit für den Liegestuhl wird schön. Es geht aber los mit dem QR-Code auf dem Staubsauger.